Ich glaube, es sollte eine kleine Unternote auf jeden Fall haben, auch damit man immer weiß, da ist was dran. Weil wenn wir einen Brownie haben, der genauso aussieht wie ein herkömmlicher Brownie und dann auch 100% so schmeckt, dann weiß man es nicht, wenn die Verpackung weg ist. Definitiv. Als ich letztens in Amsterdam war, einen veganen Muffin gegessen, der hat einfach 60 Milligramm. Zum Glück stand es auf dem Label und ich wusste es, wie man es dosieren muss. Der Normalo, der nicht so viel Erfahrung mit Cannabis hat, den würden 60 Milligramm TTC sonst wohin schieben.